Zum 31. Mal treffen sich die Pferdesportler in der Stuttgarter Schleierhalle zu den German Masters. Aber keine haben so viel Aufwand wie diese hier, die Vierspännerfahrer. Während die Dressur- und Springreiter mit Satteltrense und Pferd anreisen, kommen die Vierspännerfahrer mit fünf Pferden, mit einer Kutsche, mit Geschirr und mit sechs Mann Personal pro gespannt. Das ist er, der Michael Brauchle. Er ist jedes Jahr in der Schleierhalle dabei. Eine Kutsche, vier Pferde, das alles zusammen, das sind 100.000 Euro, die er vom Bock aus durch die Schleierhalle dirigiert. Da muss alles bis aufs Müh passen für das Team Germany. Die Leinen werden genau austariert, bevor es dann endlich losgeht in Richtung Porsche Arena zum Warm-up. Die lange Rampe runter und dann links durch die Stallanlagen bis zum Warm-up. Und hier gibt es die letzten Tipps, die letzten Instruktionen. Da rechts, da links. Und hier kommt da der Bundestrainer, Karl-Heinz Geiger. Und auch er gibt nochmal letzte Anweisungen. Während sich die Gespanne hier aufwärmen, wird da in der Schleierhalle der Parcours aufgebaut. Die Hütchen genau 1,90 Meter auseinander. Und dafür ist er verantwortlich. Dr. Wolfgang Asendorf, der Parcours-Chef. Über die Brücke, durch die Hindernisse. Alles wird abgelaufen. Jedes Team sucht seinen eigenen Weg. Und dann geht's los. Voll Gas. 50 Stundenkilometer kriegen die vier Spenner, wenn sie hier durch die Schleierhalle rasen und das Publikum tobt. Links rum, rechts rum, über die Brücke und dann zack zurückholen. Und hier, wie durchs Nadelöhr gezogen, mit kleinsten Wendungen. Die Zeit läuft, die steht nie still. Bei den Stuttgart German Masters ist einer, und das ist er, der Beutexler aus Australien, der die letzten Jahre triumphiert. Zum fünften Mal hat er in diesem Jahr gewonnen. Sein Lob an seine Pferde. Gratulation. Zum fünften Mal ist er der German Master. Der Leinenkünstler. Und er hat sich wahrlich seinen Schluck zum Sieg verdient. Tschüss, sagen die vier Spennerfahrer im Jahr 2015. Aber sie kommen wieder, nächstes Jahr. Und dann geht's wieder mit Fullspeed durch die Schleierhalle. Und dann geht's wieder mit Fullspeed durch die Schleierhalle. Und dann geht's wieder mit Fullspeed durch die Schleierhalle. Und dann geht's wieder mit Fullspeed durch die Schleierhalle. Und dann geht's wieder mit Fullspeed durch die Schleierhalle. Und dann geht's wieder mit Fullspeed durch die Schleierhalle. Und dann geht's wieder mit Fullspeed durch die Schleierhalle. Und dann geht's wieder mit Fullspeed durch die Schleierhalle. Und dann geht's wieder mit Fullspeed durch die Schleierhalle. Und dann geht's wieder mit Fullspeed durch die Schleierhalle. Vielen Dank.